Liebe Iceband-Fans, einen schönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Auslosung eines unserer 31 fast unbezahlbaren Preise. Heute mit Philipp Rossmann. Philipp, erst mal guten Tag. Philipp Rossmann, auch einer unserer fleißigen Ticketing-Mitarbeiter, der oben in der Ticketing-Abteilung sitzt und wie läuft es momentan? Gut? Ja, läuft ganz gut. Viele Verlängerer, viele Neukunden auch mit dabei. Freut uns immer, auch wenn wir schon lange nicht mehr dabei sind in der aktuellen Saison, dass die Leute trotzdem noch ihre Dauerkarte verlängern oder neu bestellen. Super und ihr wisst ja, dass ihr als Verlängerer den besonderen Luxus genießt, auch in diese Kiste zu kommen und die wird natürlich immer mehr gefüllt mit Losen von Leuten, die ihre Dauerkarten verlängert haben. Heutiger Preis ist übrigens ein original signiertes Spielertrikot von eurem Lieblingsspieler. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Natürlich das neue Trikot der Saison 2015-16. Philipp, walte mal deines Amtes und lose einen Gewinner aus. Da wird gut gemischt. Und wer hat gewonnen? Frau Alexandra Zinsch. Alexandra Zinsch, herzlichen Glückwunsch. Und Philipp, jetzt nochmal, gibt es von dir noch einen Tipp bezüglich der Dauerkarten in diesem Sommer für die kommende Saison? Ja, also mein Tipp ist natürlich auch einfach noch so schnell wie möglich seine Dauerkarte zu verlängern oder neu zu bestellen. Denn je eher man bestellt hat, desto eher landet man auch in diesem Topf, um noch einen dieser tollen Preise zu gewinnen. Und natürlich immer der Hinweis auch noch zum Frühbucherzeitraum. Am 15.05. endet der Frühbucherzeitraum für alle Verlängerer. Und wer natürlich den Frühbucherzeitraum auch noch oder den Preis dafür nutzen möchte, sollte natürlich so schnell wie möglich bestellen. Die Leute können übrigens, also ihr da draußen, ihr könnt direkt bei Philipp Rossmann bestellen. p.rossmann.eisbeeren.de Oder auch über die Eisbeeren-Ticket-Hotline oder auch über die direkte Durchwahl, falls ihr sagt, okay, Philipp ist mir so sympathisch gewesen jetzt hier. 030 971 840 43. Ja, tut dies schnell. Denn ihr wisst ja, einmal Eisbär, immer Eisbär. Tschüss. 030 971 840 43.